Nordische Göttersagen Lokis Bestrafung und Egirs Festmahl Wieder einmal saßen die Asen festlich vereint in Egirs Halle. Nur Thor fehlte, denn er war noch nicht zurück von der Ostfahrt. Aber alle anderen waren gekommen. Odin und Frigga und Torsgatidzif, Freyr und Freyr, Thyr, Heimdall und Vida, Njörd und Skadi, Bragi und Idun und auch Loki war zur Stelle. Die Asen priesen den Gastgeber und lobten seine hurtigen Gehilfen, die so gut ihres Amtes walteten. Das reizte Lokis Tücke. Er suchte Streit mit einem der Diener und schlug ihn, daß er tot zur Erde fiel. Die Götter sprangen erzürnt auf, denn die Halle war eine hochheilige Friedenstätte und Loki hatte sie frevlerisch entweiht. Sie griffen zu ihren Schilden, Loki fühlte sich nicht mehr sicher und entfloh zur Tür hinaus in den Wald. Eine Weile verfolgten ihn die Asen und riefen ihm Drohworte nach. Doch er entkam und sie kehrten zu dem Gelage zurück, wiewohl ihre Freude gestört war. Aber Loki kam vor Bosheit nicht zur Ruhe und so wagte er es abermals. An der Tür warnte ihn Aegirs zweiter Diener, »Sie reden drin schlimm von dir!« Aber Loki stieß ihn zur Seite. »Schimpf und Schande will ich ihn dafür schaffen und Gift in ihren Med gießen!« So trat er wiederum ein und die Asen verstummten vor der Frechheit des Bösen. »Warum schweigt ihr still?« rief er ihnen zu. »Ist euch die Sprache weggeblieben?« »Heißt mich entweder zu euch sitzen oder hinweggehen!« »Niemals wieder sollst du bei uns sitzen!« antwortete ihm Bragi. »Die Asen wissen, wer zu ihnen gehört und wer nicht!« Da wandte sich Loki an Odin. »Hast du vergessen, Odin, dass wir in Urzeiten unser Blut mischten? Damals hast du geschworen, kein Becher zu trinken, wenn er nicht auch mir geboten würde.« »So stehe denn auf, Vidar!« sagte Odin seines Eides gedenkend. »Heiße Loki sich niedersetzen und reiche ihm den Trank!« Vidar gehorchte, wenn auch nicht gern, und Loki trank. »Heil allen Asen und Asinnen, allen außer Bragi, der mir den Sitz verweigerte!« So begann Loki den Zank, denn als Bragi ihm antwortete, überschüttete er ihn mit Scheldworten und immer, wenn ein Gott oder eine Göttin versuchte, den Streit zu schlichten, wandte er sich gegen den Schlichter. Da war kein Ase, den er nicht schmähte, keiner, den er nicht durch schändliche Vorwürfe kränkte und verhöhnte, während er sich zugleich prahlerisch der eigenen Missetaten rühmte. Ungerecht nannte er Odin, weil er die Helden auseinanderbringe und die Besten töte. Einen törichten Krüppel hieß er Tür, weil er sich die Hand vom Wolf abbeißen ließ, von Jörg, Freyer, Heimdall und von jedem wußte er eine hässliche Geschichte. Und ebenso wenig verschonte er die Asinnen. Er warf nicht nur der wunderschöne Freyer ihre Liebesabenteuer vor, nein, er verleugnete auch die Tugend Iduns und selbst die der sanften Siff, als sie ihm mit gütlichen Friedenswort einen kühlen Becher voll süßen Mezboot. Zügellos spie er Lästerung nach Lästerung aus, auf den Frieden pochend, den Odin ihm in der Halle gegeben hatte. Er lachte nur, wenn ein Ase ihm drohte oder wenn die wilde Skadi gegen ihn auffuhr, als er sich rühmte, der Erste gewesen zu sein unter denen, die ihren Vater töteten. Als aber Frigga ihn warnte und von ihrem geliebten Sohn Balder sprach, der frei von jeglicher Schuld dem Bösen hätte entgegentreten können, da zieh sich Loki voll hämischer Freude selbst seines ärgsten Frebels. Ich war es, der ihn tötete und abermals ich, der seine Wiederkehr verhinderte. Da er bebte die Erde, donnernd rollte Thors Wagen heran und der starke Ase trat in den Saal, der von den Lästerungen Lokis widerhallte. Drohend erhob er den Hammer und rief, »Schweig, du schmutziger Wicht! Sonst soll Mjölnir dir den Mund schließen!« Dreimal noch versuchte Loki gegenredend. Höhnisch rückte er dem Donnerer sein Abenteuer bei Utgard-Loki vor, da er ängstlich in dem Däumling des Handschuhs kauerte, aber da blitzten Thors Augen so wild, daß Loki nicht mehr länger bleiben wollte. »Allen Asen und Asinnen habe ich gesagt, was ich auf dem Herzen hatte. Jetzt weiche ich von hier, denn ich zweifle nicht, du schlägst zu. Möge das Feuer die Halle und euch alle fressen!« Flink sprang er hinaus und warf knallend die Tür hinter sich zu, »Schnell wie der Wind entkam er!« Fern von Asgard verbarg er sich, dort, wo der Frannanger-Fluß in den Fjord fällt. In der Einsamkeit baute er sich auf dem Berg ein Haus mit vier Türen, so daß er nach allen Himmelsrichtungen Ausschau halten konnte. Des Tags verwandelte er sich oft in ein Lachs und spielte munter im Wasserfall umher. Abends pflegte er im Haus, beim Feuer zu sitzen und aus garren Fäden ein Netz zu knüpfen, eine Kunst, die damals noch niemand kannte. Die Asen aber waren entschlossen, seine Frevel nicht länger zu dulden. Von seinem hohen Sitz aus spähte Odin durch alle Welt und erblickte Lokis Haus. Die Asen machten sich auf, den Bösen zu fangen. Loki sah sie kommen. Er warf rasch das Netz ins Feuer, dann sprang er als Lachs in den Wasserfall. Als die Asen ins Haus drangen, fanden sie ihn nicht mehr. Auf dem Herd in der Asche aber sahen sie die Reste des Netzes und der kluge Heimdall erriet, daß das wohl ein Gerät zum Fischfang sei. Sogleich machten sich die Asen daran, selbst ein großes Netz zu knüpfen, und als sie es fertig hatten, gingen sie hinab zum Fluss und senkten es ins Wasser. Die ganze Breite des Stromes sperrten sie, auf der einen Seite hielt Thor das Seil, auf der anderen alle übrigen. So zogen sie das Netz vom Wasserfall zum Meer hin. Loki schwamm vor ihnen her, und um dem Netz zu entgehen, drückte er sich zwischen zwei Steine. Da glitt das Netz über ihn hinweg. Aber die Asen hatten gemerkt, daß da etwas Lebendiges lag. Sie gingen wieder hinauf zum Fall und warfen das Netz zum zweiten Mal, nachdem sie es stark mit Steinen beschwert hatten, damit es ganz dicht über den Grund streifte und nichts unter ihm durchschlüpfen könne. So wurde Loki stromabwärts getrieben. Als er aber fürchten musste, ins Meer gejagt zu werden, schnellte er sich aus dem Wasser zurück über den Rand des Netzes und schwamm wieder aufwärts in den Fall. Die Asen sahen es und zogen das Netz zum dritten Mal. Diesmal hatten sie sich geteilt. Auf jedem Ufer ging und zog eine Schar, Thor aber wartete dicht hinterm Netz mitten im Flussbett. Da geriet Loki in arge Bedrängnis. Gleich gefährlich war es, sich ins Meer treiben zu lassen oder zurückzuspringen. In der Not entschied er sich für den Sprung. Wie der Blitz schnellte er sich abermals über den Netzrand. Aber Thor hatte scharf aufgepasst. Er fasste ebenso rasch zu und packte den Fisch. Der suchte zu entschlüpfen, aber Thors Griff war fest. Er drückte den Lachs über dem Schwanz zusammen und darum ist der Lachs hinten so schmal. Nun gelang es Loki nicht mehr zu entkommen. Er war ein Gefangener und durfte auf keine Gnade rechnen. Die Asen schleppten den Übeltäter in eine Felshöhle. Sie stellten drei große Steinplatten hochkant und bohrten in jeder ein Loch. Dann holten sie die beiden Söhne Lokis, die er von seinem Weibe Siegin hatte, Ali und Narfi. Den Ali verwandelten sie in einen Wolf, der fiel sofort über seinen Bruder her und zerriss ihn. Aus dem Gedärm des Getöteten drehten sie eine Fessel und schnürten damit Loki auf die Felsplatten, dass die scharfen Kanten ihm ins Genick, Kreuz und Kniekehlen schnitten. Die Fessel aber wurde eisenfest. Als er so gebunden lag, holte die wilde Skadi sie eine Giftschlange und hängte sie über dem Mörder ihres Vaters so auf, dass der ätzende Geifer aus ihrem Maul ihm ins Gesicht tropfte. Das war die Strafe dafür, dass Loki bei der Entführung Iduns die Hauptschuld am Tod ihres Vaters Tiasi trug. Aber Sigyn, Lokis treues Weib, setzte sich neben den Gefesselten und fing mit einer Schüssel die Gifttropfen auf. Immer, wenn das Gefäß voll war, musste sie es ausschütten. Dann tropfte das Gift Loki ins Gesicht und er wandte sich in Zuckungen, dass die ganze Welt erbebte und die Menschen erschraken. So gefesselt sollte er liegen bis ans Ende der Tage. Wenn aber die Zeit des Weltuntergangs kommen wird, dann reißt auch Loki sich los und tritt seinem alten Gegner Heimdall zum letzten Kampf gegenüber. Über.